Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meiner Avatar Creation Tutorial Serie für VRChat. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr Custom Emotes hinzufügen könnt für euren Avatar. Und dafür braucht ihr erstmal Emotes. Ich kann euch leider nicht sagen, wie ihr sie selber machen könnt. Ich werde euch einen Link in die Beschreibung geben mit ein paar Animationen, die ich hier gerade habe. Es gibt noch ein paar mehr, vielleicht findet ihr andere im Internet. Auf jeden Fall braucht ihr einmal Emotes. So, das Ganze ziehen wir einfach in unser Projekt hinein. Haben wir hier unseren Animation Ordner und haben hier unsere ganzen Animations aufgelistet. Dann werden wir mal kurz in unsere VRChat SDK in den Ordner hineingehen. Examples, Sample Assets und dann Animation. Hier haben wir dann Custom Override Empty. Das wählt ihr aus und drückt dann STRG D. Dadurch wird das Ganze dupliziert. Und dann ziehe ich es mal in den Assets Ordner. Und dann direkt in meinen Lucky Chloe Ordner. Es ist eigentlich egal, wo der ist. Das ist nicht wirklich notwendig. Aber ich finde es praktisch, wenn er direkt in einem Ordner drin ist, wo dann auch mein Avatar drin ist. So, wir haben hier, wenn wir da mal drauf drücken, unserem Custom Override Empty 1. Und sehen hier rechts ganz viele verschiedene Sachen. Unter anderem auch Emote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dort kommen jetzt einfach die Emotes rein, die wir uns heruntergeladen haben. Das heißt, ich gehe auf den Ordner, wo die ganzen Animations drin sind, die ganzen Emotes. Jetzt muss ich nochmal kurz... Meinem Fehler, kurz das andrücken. Custom Override, dann in Animations reingehen. Und dann können wir jetzt einfach die Emotes, die hier sind, reinziehen. Ich würde euch nur empfehlen, in Emote 1 bis 8 was reinzuziehen. Bei den anderen weiß ich nicht genau, was das macht. Aber für Custom Emotes auf jeden Fall 1 bis 8. Einfach reinziehen und dann steht hier Dab drin. Zum Beispiel. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt müssen wir nur noch unseren Avatar auswählen, den wir hochladen. Und dann hier im Avatar Descriptor diesen Custom Override Empty. Müssen wir jetzt hier in Custom Standing Animation hineinziehen. Dann steht das hier drinnen. Und das war es jetzt wirklich schon. Ich lade das Ganze jetzt hoch und wir sehen uns gleich noch einmal ingame. So, wir sind jetzt wieder in VR Chat. Ich wähle wie immer Lucky Chloe aus. Und wenn wir jetzt hier in das Emote Menü gehen, sehen wir hier auf dem 8. Slot den Dab, den wir da vorhin hineingezogen haben. Funktioniert also alles. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Interesse an weiteren VR Chat Avatar Creation Tutorials habt, könnt ihr gerne mal in die Beschreibung schauen. Der erste Link ist ein Link zu einer Playlist von mir, wo mehrere Tutorials sind. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. det ist ein langer Christians Coronavirus. Hier. 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 Vielen Dank.